Balthasar Neumann Balthasar Neumann wurde am 27. Januar 1687 in Eger geboren, sein kompletter Name ist Johann Balthasar Neumann. Am 19. August 1753 starb er in Würzburg. Er war ein sehr bekannter Baumeister des Barock und des Rokoko, der uns eine Vielzahl an sehenswerten Bauten hinterlassen hat. Sein Leben Als siebtes von neun Kindern im Haus Nummer 12 in der Schiffgasse als Hans-Christoph Neumann geboren und am 30. Januar 1687 in Eger getauft. Seine Lehrzeit verbrachte er anfänglich bei seinem Paten Balthasar Platzer. Dann wechselte er am Anfang des 18. Jahrhunderts nach Würzburg zu Sebaldkoch und schloss 1711 mit dem Lehrbrief Bürgsenmeister, Ernst und Lust Feuerwerker ab. 1712 trat er in die fränkische Kreisartillerie ein und vervollkommnete seine Kenntnisse auf dem Gebiet der Festungsbaukunst. Seit 1714 ist er im Dienst des Würzburger Hochstifts. Mit den fränkischen Truppen kommt er nach Österreich, Ungarn, Wien und Mailand. 1719 berief der Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn Neumann zum Fürstbischöflichen Baudirektor in Würzburg. Neumann übernimmt 1720 die Planung für den Neubau der Würzburger Residenz. Er unternimmt eine Studienreise nach Mannheim, Bruchsal, Straßburg, Nancy und Paris. 1725 heiratet er Maria Eva Engelbertha Schild, der Tochter des Geheimenrats Franz Ignaz Schild und wohnt in Würzburg in der Franziskanergasse 2, mit seinem Architekturbüro. 1729 wird er Baudirektor in Bamberg. 1731 erhält er den Lehrstuhl für Zivil- und Militärbaukunst an der Universität Würzburg. Ab 1723 ist er Mitglied der Bischöflichen Baukommission, die er ab 1725 leitete. Er zeichnet die Entwürfe für die Residenzen in Stuttgart, 1747 bis 49, Karlsruhe, 1750-51, und für Schwetzingen, 1752. Neumann stirbt 1753 in Würzburg und wird in der Marienkapelle in Würzburg beigesetzt. Seine letzten Baustellen, die Abteil Kirchen Neeresheim und die Basilika 14 Heiligen werden von anderen fertiggestellt. In Unterfranken die Brunnenhalle in Bad Bocklet, im Jahre 1725. Die Pfarrkirche St. Andreas in Retzstadt bei Zellingen, im Jahre 1726. Die Rundkirche des Klosters Holzkirchen in Holzkirchen, Unterfranken, von 1728 bis 1730. Gestaltung des Treppenhauses im, 1731. Die Pfarrkirche St. Mauritius in Wiesenteit, eine Stiftung des Grafen Rudolf Franz Erwein von Schönborn, wurde von 1727 bis 1732 nach Plänen Walter Saarneumanns erbaut. Bauleiter war der einheimische Baumeister Sjo. Georg Seitz. Besonders sehenswert ist die barocke Innenausstattung mit den Deckenfresken des italienischen Malers Giovanni Francesco Machini. Er schuf auch die Scheinkuppel an der Flachdecke mit der besonderen Raumwirkung. Der Hochalter stammt vom Dettelbacher Johann Christian Mayer. Die in Tauber-Rettersheim im Jahre 1733. Die Barocke in Retzbach, Zellingen, von 1736 bis 1738. Die Basilika der Abtei Münster-Schwarzach im Jahre 1743. Die Kirche wurde 1810 durch Blitzschlag beschädigt und im Jahre 1825 vollständig abgebrochen. Die katholische Ingemeinfeld, Burg Präpach, gebaut von 1736 bis 1744. Die Kreuzkapelle im Kitzinger Stadtteil Etwashausen, von 1741 bis 1745, kreuzförmige Anlage um zentrale Rotunde, der Grund restierte den früheren 50-DM-Schein. Das heutige Schloss Werneck, wurde in den Jahren 1733 bis 1745 von Neumann für den Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn als prunkvolle Sommerresidenz im barocken Stil erbaut und bis 1803 von den Würzburger Bischöfen genutzt. Das Schloss gilt als eines seiner Hauptwerke. Den Gartenpavillon in Randersacker um 1750. Das Schloss in Pfalzhöchheim im Jahre 1753. Die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Limbach, Eltmann, von 1751 bis 1755. Das Kloster Oberzell in Zell am Main wurde von 1744 bis 1760 von ihm umgebaut. Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in Geybach. In Würzburg die Residenz in Würzburg im italienisch-französischen Barockstil, von 1720 bis 1744, nach dem Vorbild des Versailler Schlosses. Den Maschekuliturm der Festung Marienberg in Würzburg, im Jahre 1728. Die Schönbornkapelle am nördlichen Querarm des Würzburger Doms, von 1723 bis 1724. Die Wallfahrtskirche Käppele in Würzburg, von 1748 bis 1750. In Oberfranken im Imsteigerwald das Treppenhaus und der Kaisersaal im Obergeschoss nach Plänen von Balhasa Neumann, 1715. Die Klosterkirche von Klosterbanz entstand nach Entwürfen des Bamberge-Baumeisters Leonhard Dienzenhofer und dessen Bruder Johann Dienzenhofer, und wurde am 5. Oktober 1719 eingeweiht. Der barocke Ausbau der Klosteranlage wurde von den Staffelsteiner Baumeistern Sebastian Weber und Johann Thomas Nüsseler, führte auch 14 Heiligen aus, durchgeführt, Balhasa Neumann lieferte den Situationsplan für den Vorhof. Die erste Orangerie in Memmelsdorf entstand ab 1723. Ihre heutige Gestalt erhielt das Gebäude dann unter dem Fürstbischof Friedrich Karl ab 1733 nach Plänen von Balhasa Neumann. Die Bauleitung hatte Heinrich Dienzenhofer. Heute ist im westlichen Gebäudeflügel der Orangerie das Ferdinand-Dietz-Museum mit Originalskulpturen des Bildhauers untergebracht. Frei zugänglich, im östlichen Flügel befindet sich das Schloss Café. Die Pfarrkirche in Arnstein einem Ortshall von Weißmain, von 1731 bis 1734. Die Wallfahrtskirche des Klosters Gösweinstein, von 1730 bis 1739. Die Basilika 14 Heiligen bei Bad Staffelstein von 1743 bis 1772. Im Jahre 1743 sollte dann ein Neubau nach Plänen von Balhasa Neumann mit dem Konzept eines kreuzförmigen Kirchenraums und dem Gnadenort zentral angeordnet in der Vierung unter einer Kuppel, begonnen werden. Die Bauausführung erfolgte zunächst durch den sechseschweimarischen Baumeister Gottfried Heinrich Krone, der das Konzept Neumanns jedoch nicht übernahm, möglicherweise aus Wirtschaftlichkeitsgründen nach Abstimmung mit dem Kloster erabt, und den ganzen Bau etwas am Berghang verschob, sodass der Gnadenaltar nicht mehr an der Vierung, sondern im Langhaus angeordnet gewesen wäre. Zum Zeitpunkt des Erscheinens Neumann in S. auf der Baustell waren die Arbeiten an den Gründungskörpern schon so weit fortgeschritten, dass eine nachträgliche Änderung dieser Bauteile nicht mehr möglich war. Die architektonische Leistung Neumanns liegt nun darin begründet, dass er zu dem bereits gebauten Kirchensockel mit einem vorgegebenen nahezu streng rechteckigen Grundriss zwei freistehenden Säulenreihen im Langhaus einführte, und über diese Säulenreihen mehrere im Grundriss ovaler und untereinander verschnittene freitragenden Schalen als Kirchendeck bewölbte. Es entstand damit wieder der Grundtyp einer dreischöffigen Basilika, jetzt jedoch mit einer schwingenden Raumwirkung im Stil des Rokoko. Der Gnadenaltar rückte wieder in das Zentrum der Kirche als eine Mischlösung aus Längs- und Zentralbau. Nach Verzögerungen im Siebenjährigen Krieg erfolgte die weitere Ausführung nach der Entlassung Krones im Jahre 1743 vermutlich durch den Staffelsteiner Baumeister Jahan Thomas Nüsseler, 1713 bis 1769, der auch am Bau des benachbarten Klosters Bands mitwirkte. In Baden-Württemberg die Deutschordenskirche in Bad Mergentheim, von 1730 bis 1735. Die Abteikirche des Klosters Schöntal, bis 1736. Das Schloss Bruchsal, Treppenhaus ab 1731. Entwürfe für das neue Schloss in Meersburg um 1740. Das Stiftsrathaus in Ellwangen, Jagst, von 1748 bis 1750. Die Kirche der Abtei Neeresheim von 1747 bis 1792. Die Eremitage in Waghäusl wurde um 1725 erbaut, von Balthasar Neumann etwa um 1737 erweitert. Ein Teil der Eremitage fiel der Industrieanlage der, 1995 stillgelegten, Zuckerfabrik zum Opfer. Von den noch vorhandenen drei Flügeln ist einer bewohnt, die anderen beiden dienen für Vereinsarbeit, Astronomie, und Vorträge. In Rheinland-Pfalz den Innenraum der Pfarrkirche St. Paulin in Trier, von 1734 bis 1757. Die Pfarrkirche St. Cecilia in Safig, von 1739 bis 1742. Die Laurentiuskirche in Dermstein, von 1742 bis 1746. In Nordrhein-Westfalen. Die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, Rheinland, das Treppenhaus, von 1740 bis 1746. Den Hochaltar von St. Marien, von 1745 bis 1746. Die Heilige Stiege der Kreuzbergkirche in Bonn von 1746 bis 1751. In Hessen die Pfarrkirche St. Cecilia in Heusenstheim im Jahre 1739. Die Pfarrkirche St. Michael in Hofheim, einem Stadtteil von Lampertheim, von 1747 bis 1754. schick oder drückend gut fliege zostaert dieports networking. Die Pfarrkirchen St. Michael in Hofheim, von 1751. Die Pfarrkirchen St. Michael in Hofheim, vom 1644.